Hallo, mein Name ist Johanna Biber. Ich komme aus Niederösterreich. Ich bin 13 Jahre alt. Meine Trainerin ist meine Mutter, Brigitte Biber. Ich bin mit meinem Pony Rina Fox hier am Start gewesen. Meine Hobbies sind Reiten und ich habe zwei Hasen zu Hause, mit denen ich züchte. Ich gehe auf die AHS in Wolkersdorf und meine Ziele für 2012 sind gute Ergebnisse bei der Landesmeisterschaft und bei der Staatsmeisterschaft. Ich habe drei Pferde, zwei davon sind zu Hause. Mit der Rina Fox bin ich eben hier. Und mein Favorit ist eigentlich die Lara Fox.